Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das ist schon drin. Jetzt fehlt noch was Blaues. Vor über 4 Milliarden Jahren gab es auf der Erde noch nicht mal Luft zum Atmen und es war viel wärmer. Das Wasser in den Urozeanen war mit Chemikalien vermischt und richtig heiß. Die Forscher sprechen von der Ursuppe und darin sollen sich die ersten Lebewesen entwickelt haben. Ja, ja, ja. Das Leben wird sich auch in meiner Turbo-Uhrsuppe entwickeln. Nur eben viel schneller. Ja, ja. Wie schnell denn, Wusel? Äh, ja, stimmt. Das geht ja noch viel zu langsam. Ach, in die Ursuppe sind damals ja ständig Meteoriten eingeschlagen. Die brauchen wir hier natürlich auch. Es gibt sogar Vermutungen, dass Meteoriten aus dem Weltraum die ersten Bakterien auf die Erde mitgebracht haben. Aus denen sollen sich dann alle Lebewesen entwickelt haben. Da ist man sich aber noch nicht ganz sicher, denn... Was soll das denn jetzt? Ja, hast du denn die Mail nicht bekommen? Im Studio besteht ab sofort Schirmpflicht. Das ist ja auch nicht.